Hallo, herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dingelspül. Ich bin der Michael und ich möchte euch heute, ja, ich kann nur sagen, Wahnsinn. Der Titel, Wahnsinn. Ich möchte euch heute vorstellen, das neue Bussystem von WCS. Warum Wahnsinn? Weil das Bussystem für mich schon ein wahnsinniger Schritt in die Modernisierung ist, ein wahnsinniger Schritt in die Unabhängigkeit, in der Bedienbarkeit, worauf ich persönlich schon lang spekuliert habe, dass sowas gibt, dass sowas kommt und in Verbindung mit den WCS-Geräten natürlich noch viel, viel mehr. Auch modular verwendbar, man kann nur den Stand verwenden, man kann nur das Display, alles schick. Man hat viele, viele Möglichkeiten bis hin, wenn man das möchte, zur kompletten Wohnmobilsteuerung. Das ist schon ein phänomenales Thema und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wow, echt krass, wirklich toll. Da müssen auch wir uns noch gewaltig einarbeiten. Wir werden auch bald nochmal zusätzlich auf die Schulung gehen, weil das hat so viele Möglichkeiten, dass man das unbedingt wirklich in die Tiefe kapieren muss. Aber dann ist es ein richtig, richtig geiles System. Wir haben es schon beim Morello verbaut. Das zeige ich euch und dann gehen wir bei uns an die Wand, weil da haben wir es auch schon installiert und das will ich euch alles nicht vorenthalten. Und da gehen wir das Stück für Stück mal durch und ich möchte euch das System einfach mal vorstellen. Also, legen wir los. Ja, was soll ich sagen? Wir sind wieder mal in unserem Morello. Warum? Ihr erkennt vielleicht schon hier an der Anordnung, wir haben nochmal zusätzlich was eingebaut. Dazu muss ich kurz erklären. Der Kunde, das Auto war schon fertig, der Kunde kam und just in dem Moment kam das Paket mit dem Jupiter WCS Bus System. Natürlich wollten wir das hier noch integrieren und ja, das haben wir jetzt auch geschafft und haben das auch dementsprechend jetzt noch umsetzen können. Hier haben wir es jetzt. Hier sehen wir es. Und Leute, ich muss euch sagen, ich habe viel erwartet, aber das ist schon ein Thema für sich. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ganz großes Kino. Wir haben hier das Display, das Jupiter Hauptdisplay im Prinzip. Das Thema ist schön klein, schöne Abmaße und mit dem sieht man schon mal im Große alles. Wir sehen hier den Akku, wir sehen die Temperatur, das steht jetzt noch auf Fadenheit, das kann man natürlich alles ändern. Hier steht Frischwasser, hier steht Grauwasser. Sowas zu ändern zum Beispiel ist ganz einfach. Man geht hier auf System, man geht hier auf Messbereiche, haben wir schon deutsch eingestellt, Uhrzeit können wir hier einstellen. Man kann das alles personalisieren. Anzeige, Temperatur stellt man hier auf Grad, erfolgreich gespeichert. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Hauptbildschirm. Zack. Und dann aktualisiert er natürlich dementsprechend. Das dauert jetzt ein bisschen. Und dann haben wir die ganzen Anzeigen natürlich in Grad. Hier gehen wir rüber und haben die einzelnen Geräte. Hier sind wir dann in den Einstellungen. Ich muss sagen, das ist schon ein echt ganz geiles Kino, weil die maßgeblichen Dinge alle direkt hier zu sehen sind und auch zu steuern sind. Ich kann hier auch den Inverter ein- und ausschalten. Das heißt, die Wechselrichter dementsprechend bedienen und das ist schon krass. Wie wir das Ganze umgesetzt haben, das zeige ich euch jetzt mal kurz in der Heckgarage. So, hier sehen wir ja grundsätzlich unsere Installation. Um mal zur Erinnerung, da oben haben wir unsere zwei Wechselrichter. Hier unten drin haben wir die Batteriebank 4x320 Amperestunden und hier haben wir unsere Wechselrichter. Jetzt haben wir hier noch die Zentraleinheit. Machen wir hier mal auf und können wir gerne mal reingucken. Zack. Hier haben wir unser Jupiter Smart System. Das ist der Hauptverteiler. So schaut ihr aus. Habt ihr natürlich auch schon gesehen bei der Firma WCS in den Videos. Wir haben das hier schön verkleidet, damit man hier keine Kabel sieht. Das ist alles schick. Bitte nicht wundern, hier ist natürlich jetzt noch nicht viel angeschlossen, weil wir hier die Grundversorgung installiert haben. Der Kunde überlegt sich dann noch sukzessive, was der Einzel noch drauf soll. Das machen wir sukzessive und dann kann man nach und nach die Thematiken anständig einbinden. Hier ist aber schon mal der Hauptverteiler und das Hauptdisplay und dann haben wir hier in dem Kasten natürlich noch die Geschichte mit den Shunts. Wie das alles ausschaut, können wir auch noch mal bei uns in der Ausstellung angucken, weil da haben wir es auch fix und fertig montiert. Aber eins muss ich immer wieder sagen, emotional ist das ist schon echt großes, großes Kino, was sich WCS da einfallen hat lassen. Aus dem einfachen Grund, ich kenne kein System, was von der Bedienung her so komfortabel, optisch so cool ist wie das hier. Und jetzt gehen wir mal schnell auf die Thematik App. Jetzt zeige ich euch mal was. Ähm. Die App, das ist aber jetzt nicht das Fahrzeug hier, sondern das ist jetzt die Ausstellung. Und wie leicht es jetzt ist, alles hier aufs Handy zu kriegen, das zeige ich euch jetzt. So, nun machen wir jetzt einfach mal die die Koppelung, wie man das Display mit dem Handy koppelt. Dazu gehen wir jetzt einfach hier auf System, System mit App koppeln. Da wird ein QR-Code generiert. Und jetzt nehmen wir unser Handy, öffnen die App und gehen hier auf plus QR-Code scannen. Dann halten wir das Handy einfach mal dahin. Schauen wir mal, dass wir das einigermaßen scharf hinkriegen. Zack. Und da ist er schon. Gehen wir jetzt auf Bestätigen und schon laden sich die ganzen Daten von dem Fahrzeug hier runter. Und ich habe dementsprechend das Fahrzeug da. Das dauert jetzt einen kleinen Moment und dann haben wir es. So, jetzt sehen wir, dass wir alle Daten hier da haben. Wir haben unseren Batteriestatus 97% und so weiter. Und wenn wir hier drauf gehen, sehen wir hier die ganzen Geräte, die sich sukzessive noch erweitern. Da fehlen jetzt noch ein paar Solare. Es dauert jetzt zwei Minuten, bis sich das aktualisiert hat. Sehen die Stromverhältnisse. Wenn die Sensoren angeschlossen sind, frisch. Und Abwasser, Grauwasser und so weiter. Was bei dem Fahrzeug noch gemacht wird, weil da brauchen wir spezielle SuperSense. Vom Grundsatz her wirklich ein sehr geiles Gerät. Man geht hier einfach wieder auf Übersicht. Dann hat man schon mal die grobe Übersicht. Hier im Prinzip hat man die einzelnen Geräte. Und was wir ja schon gezeigt haben, wie man in Wärter ein ausschaltet, hier in Wärter ein ausschalten und so weiter. Man kann dann dementsprechend auch in das Gerät selber gehen. Jetzt zoomen wir uns einfach mal eine Kombi aus. Zack. Die müssen wir online machen. Schalten wir die mal kurz ein. So, jetzt haben wir sie da. Jetzt können wir auch auf die Kombi zugreifen. Sehen sofort die entsprechenden Meldungen. Das geht gleich weg. Das ist bedingt. So, ich kriege auch sofort eine App-Meldung über den Fehler, der aber sofort wieder verschwindet. Jetzt können wir hier dann auch noch in der App halt einmal zurück alles mögliche einstellen. Ruhemodus, Landstrom, Ladestrom ist auf 87% eingestellt und und und. Hier haben wir dann noch die ganzen Einstellungen. Also das System ist schon echt, echt geil. Jetzt gehen wir aber mal in unserer Ausstellung und gehen nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein und schauen wir mal, was wir da noch alles entdecken. So, nun sind wir in unserer Ausstellung auf unserer Wand. Ich habe sie ein bisschen ergänzt, ist noch nicht ganz fertig, weil die Feinheiten fehlen noch. Ein paar Drähtchen sind hier noch. Das wird alles noch schön gemacht. Auch hier haben wir für die Ausstellung unser Bussystem von WCS verbaut. Wahnsinn. Ich kann nur sagen, das Ding ist einfach der absolute Hammer. Ich habe es euch in Morello schon gezeigt, wie es im eingebauten Zustand ausschaut. Hier haben wir es jetzt mal in dem Zustand von einer Demonstration. Hier werden wir natürlich noch ein paar Kanäle anschließen mit Lampen und so weiter. Das werde ich euch alles noch vorführen. Das wird sukzessive dementsprechend gemacht. Da werden auch mehrere Videos folgen, weil das System ist so umfangreich. Man kann damit so viel tun. Also, das sucht seinesgleichen. Und ich glaube, es gibt auf dem Markt kein System, was so weit entwickelt ist und so viel kann wie dieses Bussystem. Also, ist meine persönliche Meinung, kann man gelten lassen oder nicht. Das kann sich jeder selber im Bild machen. Hier hängt es, kann sich jeder auch angucken. Wir haben hier so viele Kanäle, so viele Schaltmöglichkeiten. Es ist einfach gigantisch. Und jetzt muss ich auch mal sagen, eins dazu. Das hier ist das Display. Die Verpackung, das ist wie Apple-like. Also, das ist wie, wenn ich mir ein iPhone hole. Also, echt geil. Werdige, schöne Verpackung, schöner Karton. Dann holt man das Ganze da raus. Das macht schon Spaß. Dann haben wir hier eine ganz tolle Beschreibung dazu, wie alles funktioniert. Also, echt gigantisch. Ich habe es jetzt hier mal installiert. Wir haben hier das Home-Display. Man kann hier natürlich umschalten auf die einzelnen Geräte dementsprechend. Und hier haben wir dann noch die Einstellungsmöglichkeiten. Das gleiche kann man sich natürlich auch wieder aufs Handy spiegeln. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Jetzt gehen wir einfach mal hier auf Home. Ich habe hier den Invader. Den schalte ich mal ein. Klack, klack. Und schon läuft er los. Das ist schon echt geil, weil das kann ich jetzt im Prinzip von überall ausmachen. Von meinem Handy aus. Ich kann das von jedem Tablet ausmachen oder eben von meinem Display aus. Das war das Vorgänger-Display im Prinzip ohne Bussystem. Dann hat man hier halt einen manuellen Schalter. Das habe ich natürlich auch noch hier gelassen, weil das ist ein schöner Vergleich. Also, ist schon ein geiler Vergleich. Und wenn wir jetzt hier nochmal gucken. Hier haben wir dann unseren Akkufüllstand 100%. Hier haben wir den Akku. Der liegt hier dementsprechend. Wir haben alle nötigen Daten. Hier werde ich auch noch Supersense montieren. Wir haben hier Frischwasser, Grauwasser, Schwarzwasser, Fäkalientank und Gas, wo man anschließen kann. Also, da hat man wirklich viele, viele Möglichkeiten. Machen wir den Invader mal wieder aus, wo man dementsprechend alles ablesen kann. Jetzt gehen wir einfach mal durch. Ich habe hier zum Beispiel den Messschand. Haben wir hier 100%. Wir sehen sofort, was hier rein und raus geht. Also, kann man auch hier nochmal ins Detail gehen. Genauso kann man das über die Solaranlage machen. Detail. Dann haben wir natürlich auch eine Historie. Da geht man einfach hier drauf und kann dementsprechend Einstellungen vornehmen. Also, wir müssen uns auch noch damit beschäftigen, weil das so umfangreich ist, dass es der Welt ungleich ist. Also, das ist schon echt großes Kino, wie das Bussystem hier funktioniert. Man kann Szenen hinterlegen. Das zeige ich euch alles im Detail nach und nach, wenn wir es hier auch immer wieder an der Wand präsentieren. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich finde es einfach nur geil. Also, ich finde es wirklich, wirklich phänomenal. Hier haben wir den Messschand. Und das Tolle ist natürlich auch, man kann es modular verwenden. Also, ich kann jetzt auch sagen, ich möchte nur den Messschand haben und das Display. Funktioniert genauso. Dann lese ich halt nur Messschand, Solarregler ab, kann über Bluetooth arbeiten und kann dann hier die Thematik ins Netz einwählen. Und schon habe ich wieder über die App meine Smart-Steuerung. Wenn ich natürlich Kanäle steuern will und so weiter, dann machen wir hier den Verteiler noch mit ran. Dann funktioniert auch das. Also, man hat hier Möglichkeiten ohne Ende. Das ist schon Wahnsinn. Man kann auch nur den Schand nehmen, den mit der App über Bluetooth verbinden und hat so einen ganz tollen Batterie-Computer über die App. Oder eben über so ein tolles, komfortables Display. Oder dann eine ganze Wohnmobilsteuerung. Im Prinzip können wir jetzt eins sagen, und ich werde es bei meinem Fahrzeug auch ausprobieren. Reiß den EBL-Block raus und arbeite nur mit dem Teil. Meine ganzen Lichtersteuerungen, alles mache ich über das Teil. Dann wird das mein Hauptdisplay. Und auch da nehme ich euch mit, weil da bin ich auch sehr gespannt, wie das funktioniert. Leute, ich bin begeistert. Ich kann nur sagen, das System hat es wirklich gewaschen in sich. Und ich kann es auch hier nochmal demonstrieren. Jetzt müsste ich aktuell, obwohl er nicht mehr da steht. Nein, den habe ich schon rausgeschmissen. Aber jetzt kann ich hier, hier haben wir jetzt wieder die App halt. Das ist zack. Hier haben wir wieder die App. Ihr seht's. So, jetzt gehe ich hier auf System. Mit App koppeln. Gehe hier auf Plus, QR-Code scannen. Scan den QR-Code. Bestätige. Und schon bin ich hier verbunden. Und jetzt geht's noch weiter. Ich habe hier auch noch Szenen entsprechend. Also zum Beispiel einen Bewegungsmelder. Jetzt gehen wir hier mal wieder zurück. Jetzt schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Sofort Alarm. Habt ihr gesehen? Hier war Alarm. Hier piept's. Und habe überall eine Meldung. Inklusive auf meiner Swatch. Auf meinem Smart Swatch. Auf meiner Apple Watch. Und auf dem Handy. Überall kriege ich sofort die Alarmmeldung. Das ist schon sehr geil. Also ich muss sagen, das geht mit Bewegungsmeldern. Das geht mit Türkontakten. Mit Temperatursensoren. Mit Feuchtigkeitssensoren. Und so weiter und so fort. Auch hier nochmal. Habe ich hier schon ein bisschen eingestellt. Schalte hier die App ein. Den Inverter ein. Zack. Läuft er los. Mache ich eiskalt über die App. Und zack. Schalte ich wieder aus. Das ist schon alles. Wow. Und es ist wieder Ruhe. Gleichzeitig sehe ich hier immer meinen Batteriefüllstand. Kann natürlich auch hier in die einzelnen Geräte gehen. Auch die Grafik. Also die App-Entwicklung. Auch die Grafik. Also ich gehe jetzt mal hier auf den Solarregler. Jetzt kommt leider nichts. Weil der ist tot. Weil die Sonne ist weg. Dann läuft hier so ein Licht. Also der Strom blitzt durch. Also auch das ist sehr geil. Das Gleiche. Dann können wir auch hier auf den Booster gehen. Den können wir einstellen. Da können wir den maximalen Ladestrom einstellen. Können einschalten. Wir gehen hier auf den Shunt. Können dementsprechend sofort unseren Akku abrufen. In den einzelnen Apps dementsprechend. Oder eben vorne in der Übersicht. Also das ist schon. Wow. Großes Kino. Hier haben wir einen Bewegungsmelder. Den kann man natürlich auch jederzeit ausschalten. Den kann ich auch Szenen hinterlegen. Sprich Zeiten hinterlegen. Ich kann zu ihm sagen. Bitte Arbeit nur von bis. Oder kann man manuell aus oder einschalten. Also all das kann ich tun. Das ist schon. Ist schon toll. Hier haben wir die ganzen Alarmmeldungen. Das sieht man sofort. Dass er Bewegung erkannt. Bewegung erkannt. Hier 20 Uhr 1. Das ist jetzt. Bewegung erkannt. Und so weiter. Also das ist schon echt, echt, echt. Großes, großes Kino. Und was da alles noch kommt. Da halte ich euch auf dem Laufenden. Weil auch hier kommen natürlich noch Updates. Verbesserungen. Allein die Grafik. Leute. Ehrlich jetzt. Finde ich schon toll. Kombiniert. Display. Handy. Oder Tablet. Mit Halterung. Ganz großes Kino. Also ich finde, da hat die Firma WCS und der Götz inklusive Florian wirklich tolle, tolle Arbeit geleistet. Und da sind auch wir sehr dankbar. Ich insbesondere, weil ich finde die herkömmlichen Steuerungssysteme schon sehr fragwürdig. Der eine kann das nicht. Der andere kann das nicht. Der ist da noch nicht so weit. Und da ist das noch nicht. Das ist schon echt toll. Das ist schon toll. Jetzt kann man das vergleichen. Viele werden mir jetzt wieder schreiben. Ja, es gibt schon alles von Victron. Ja, sehe ich ein bisschen anders. Ja, Victron hat auch ein tolles System. Aber also in der Einfachheit, dass ich das einfach so aufs Handy spiegel, aufs Tablet spiegel, habe ich bei Victron nicht. Also man hat zwar auch viele Einstellungsmöglichkeiten, die aber sehr komplex sind und sehr, ja, kann man sagen, sehr in die Tiefe gehen. Weil Victron ein offenes System ist, wo ich gar kein Freund davon bin. Weil offene Systeme für User oft sehr gefährlich sind. Weil da kann man sehr viel verstellen, dass dann danach gar nicht mehr so viel funktioniert. Das ist hier nicht so der Fall. Das ist ein geschlossenes System. Da stellt man alles ein dementsprechend. Und das ist schon echt toll. Also ich muss sagen, super gemacht. Wenn einem das Licht stört, klack, macht man einfach das Display aus, haut wieder drauf und schon ist er wieder da. Also mir fällt dazu nichts mehr ein, außer vielen Dank an WCS für die Entwicklung. Und ich werde euch auf den Laufenden halten. Also ich bin begeistert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, dass das System unheimlich viel kann. Ich bin nach wie vor überwältigt. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass es wirklich eine echte Entwicklung ist. Eine echte Entwicklung. Und ja, da bleibt dann gar nicht mehr viel übrig. Für alle Herzen war es dabei. Man kann es mit Tablet, mit Handy, mit Display. Was soll man dazu sagen? Es ist phänomenal. Ich muss das Video nur stückeln, weil die Thematik des Bussystems hat so viele Möglichkeiten, so viele Systemmöglichkeiten, so viel in die Tiefe gehend. Weil man kann ja wirklich die ganze Wohnmobilelektrik, wenn man das möchte, grundsätzlich eigentlich damit schalten und damit fahren und verwalten. Und das ist schon, wow, das ist schon geil. Auf diesen Umbau nehme ich euch auf alle Fälle mit, weil in meinem Fahrzeug, das ist ein älteres Fahrzeug, wenn wir genau diesen Versuch starten, EPL-Block raus, alles was da drin ist, raus. Und ich werde dann über dieses System meine ganze Steuerung in der Wohnmobiltechnik in meinem Fahrzeug angehen. Und da bin ich mal gespannt. Ich nehme euch mit, wie das Ganze umsetzbar ist. Ich bin jedenfalls schon jetzt der absolute Fan von dem Teil und was soll ich dazu sagen? Das Video ist wahrscheinlich jetzt schon viel zu lang, aber das macht nichts, weil das ist es einfach wert, das System. Ich bin begeistert, die Emotion ist zu spüren und ich nehme euch da auf alle Fälle mit. Jetzt werden viele von euch wieder sagen, ich bin WCS-lastig und ob ich von WCS bezahlt war und ob ich von WCS keine Ahnung war. Tut mir leid, wir sind nun mal WCS Premium Partner. Ich stehe hinter diesen ganzen Produkten, was WCS bietet und natürlich auch unter diesem Bussystem, weil da muss jeder zugehen. Das ist schon echt große Klasse. Also, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und ansonsten bleibt dabei. Abonniert meinen Kanal, dann wird er weitere Videos bekommen über das System, über viele andere Einbauten und Techniken. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Also, bis bald, euer Micha, bleibt gesund, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.